Willkommen zum Minecraft Bad Wars und diesmal mit einem kleinen Gast und zwar ein Drama-Alarm-LP, adios Felix, adios Felix, nicht adios, 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 ich habe verstanden, du sagst adios, egal, heute generell ein bisschen verpeilt, aber egal, wir spielen eine Runde Bad Wars, haben wir noch gar nicht aufgenommen, aber ich habe schon mit einem LOL-Manshee ein bisschen gezockt, dann, ne mit dem Sebi gar nicht, wollte ich das sagen, verdammt, aber dann habe ich es mit dem Chris noch ein bisschen gespielt, aber, ja, wirklich gut sind wir nicht, PvP, King Kalle will mich lecken, das finde ich jetzt aber geil. Wo steht die gerade? Läuft bei dir. So, da haben wir eh wieder die gleiche Map. Ah, okay, das ist eh wieder nicht. Wurdet ihr schon geportet? Du sind schon mit dem Spiel, ja? Ja. Du stehst bei uns eh da. Ich stehe noch in der Lobby rum bei mir. Ja, du stehst bei uns eh da, aber du tust halt nichts. Bei uns ist es gerade, ja, zeitüberschauer. Es leckt gerade, ja. Ja. Geil. Geil, geil, also so fängt halt eine tolle Aufnahme bei uns an. Immer mit Problemen, ist doch klar. Classic einfach. Ha, ich bin nach oben. Ja, ich bin so toll. Ja. Das wird nichts verringert. Ja. Ich glaube, irgendwie ist der Server, ist der Server gerade down? Das würde ich gerade echt witzig reden. Das wäre richtig kack. Wir haben da, die haben alle in Chat geschrieben, ähm, Gomme ist down. Ja. Gomme ist down? Das ist nicht die Gomme sein Server. Ja, aber die haben immer in Chat geschrieben, Gomme ist down. Ja, Bergler, Bergler. Der Server wird bei mir aber auch als offline angezeigt. Ja, der ist, der ist jetzt nicht mehr online. Wurde die gekickt. Ja, das war eine Runde Bad Wars. Wir haben natürlich gewonnen. Wir haben die anderen Gegner rasiert. Ich hoffe, es hat gespielt. So schnell, dass es die Aufnahme nicht verbuggt hat. Ja. Einfach, einfach die Gegner easy wegrasiert. Okay, easy. Wir haben alles spannende weggeschnitten. Ja. Ja, Alter, das war einfach, wir haben sie so schnell weggenatzt. Alter, da, da, da hast du das nicht einmal mehr gesehen. Wir waren Flash so schnell waren. Ich würde sagen, wir machen gleich mal eine 10 Minuten Pause und probieren es dann nochmal vielleicht. Keine Ahnung. Ja, oder wollen wir mal auf Gomme probieren. Ja, Gomme haben wir kein Abo. Äh, wegen... Oder hast du bei Gomme ein Abo, dass du auch so bei überfüllt reinkommst? Ne, aber da kommt man immer drauf. Man muss einfach nur ein bisschen drauf sparen. Spätestens so Minuten, dann ist man drin. Äh, okay, dann probieren wir es mal. Ja, ja, gut. Äh, das sind halt nur 18.000 Spieler. Als ob das funktioniert. Also es funktioniert ganz gut nach, äh... Ich bin drauf. Oh, ich bin auch drauf. Loll, ich auch! So, wohin gehen wir? Aber was gibt's dann? Gibt's dann nicht auch Endergames? Ich würde sau gern Endergames spielen. Okay. Auf einmal wird so eine Bad Boss Folge Endergames. So wurde von Bad Boss. Äh, Folge eine Endergames Folge. Ich würde so gern Endergames, das hab ich bei Ungl schon so oft gesehen. Jetzt so. Okay, passt. Na endlich. Endergames. Ja. Okay. So, ich bin schon bei Endergames. Na, ich bin auch schon drin und da bei... Jetzt bin ich... Ah! Wurde mitgezogen, wir sind in der Party. Okay. Und beginnt's jetzt schon, oder was? Ja, halt in drei und fünf Stunden. Dann sagen wir jetzt noch, dass wir wieder zurück sind oder so. Keine Ahnung. Ja, dann... Wir sind wieder zurück und jetzt wurde von Bad Boss. Das ist irgendwie zu Endergames gewechselt. Und vom Bergwerk zu Gomme. Weil der Server down war grad. Und natürlich ist noch immer Dramalame LP dabei. Alias Felix. Und ja, ist halt jetzt irgendwie... So viele Alias, aber leider kein Adios mehr. Oh, wenn's jetzt... Wenn's jetzt lag beim Kamm, Freunde, das will ich so scheiße finden. Stimmt, da muss man jetzt ein Kit auswählen. Auf die Kiste muss klicken. Oh, shit. Man hat eh nur Standard-Kits, wenn man... Also wenn man sich keins gekauft hat. Oh, okay. Nicht gekauft, 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 nicht gekauft... Gekauft, Holzfelder! Jäger, Baba, Bogenschützer. Das sind so die Standard-Kits. Okay, ich bin irgendwie Bogenschützer oder so, keine Ahnung. Äh, ich bin gar nichts. Dazu bin ich Kit ausgewählt. Bogenschützer. Okay, wir sind... Hallo, ich bin neben dir. Ich bin natürlich voll asozial-deamender. Teamender natürlich in die Stadt. Ah, komm, komm. Ich will nicht wieder... Ich hab noch nie gesehen, dass man da teleportiert wird. Juhu. Ja. Und tschüss. Habt ihr irgendwas bekommen aus der Mitte? Ja. Ah, ne. Aber nicht, aber nicht viel. Nein, da rechts neben mir hat einer kennengelernt. Leute, ich bin bei dir, Chris. Echt? Ja. Da, ne, bei die Bäume. Ich weiß gar nicht, ob Teams verboten sind. Hab ich zumindest nichts gesehen, oder? Auf jeden Fall, die Schutzzeit ist gleich verbraucht. Was, Chrissy, ich komm in deine Dings. Ist ein bisschen blöd zu Team, weil man ja immer teleportiert wird. Ja, ja, wenn Siemen tun, wir wahrscheinlich eh nicht richtig, aber... Wir killen uns zumindest nicht. LOL, der schießt mich ab. Verdammt. LOL, weggeportet. Hab ich was bekommen? Nee. Wieso hab ich nichts bekommen? Wie meine... Och, Mann. Ich will da nen Baum abbauen und der ist am Ende der Welt. Ich will da... Ah, ja, stimmt. Baum abbauen. Das wär gar nicht mal so doof. Weil mir leckt das natürlich wieder mal. Hey, ne Kiste. Ah, Skrillex verfolgt mich. Hilfe! Nein, was halt alle Bäume irgendwie weg sind. Ach, ich geh auf Angst. Ich könnte wahrscheinlich eh gleich in 10 Sekunden sterben. Wieso schießt da immer einer mit Bogen auf mich? Daaaah! Oh, ich hab zwei Dios. Das find ich ganz gut. Lol, da ist die Wand. Nein, der... Der hat sich direkt weggeportet. Und ich konnte nicht schlagen. Och, Mann, so ein Langweiler. Lol, ich hab anscheinend krass. Ich kann hier echt gutes... Einigermaßen gutes Zeug machen. Achso, das bist du, sorry. Oh. Lol, ich bin tot. Echt? Ja. Der eine, was mich verfolgt hat, hat mich jetzt wieder gefunden. Aber ich hab ein fucking Dios-Schwert. Wow. Wurde geportet? Nein, der hat das Kind ungeheuer, glaube ich. Oder Bogenschütze. Ja, okay. Der ist weit weg. Dies ist eine Werkbank. Für mir ist auch gerade eine Workbench. Okay, nice. Ich hab ein Eisenschwert. So. Dramalama. Da bin ich gerade. So, ich schau mal ein bisschen euch zu. Lol, ich war gar nicht weit weg von dir. Erstmal Dios-Schwert. Jetzt kann ich dem Skiller bei der Arbeit zugucken. Nicht wahr. In Ender-Games bin ich so ein Noob. Hey, bei dir ist eine Kiste-Krise. Umdrehen. Umdrehen. Geh zurück wieder, wo du gerade warst. Außerdem liegt da ein Dios-Schwert. Wieso hast du da noch ein Dios-Schwert? Noch ein? Hä? Rechts vor mir. Da liegt noch ein Dios-Schwert. Ich wurde nämlich genau da, wo du gerade bist, umgebracht. Das ist mein Dios-Schwert, was da liegt. Da? Da, nein. Zurück. Da. Hinter dem Dings. Zweites Dios-Schwert. Läuft, läuft. Das kann sein, dass es meins war, weil ich wurde genau hier umgebracht. Du wurdest wahrscheinlich gerade mit dem geportet. Dramalarma-LP ist jetzt da. Wurde gerade mit dem Reptook getauscht. Okay. Werfbaratrank. Ender-Perle. Diaz ist... Bei dir ist eine Kiste, Felix. Wo? Wenn du rauf gehst. Rechts. Rechts. Dreh dich nach rechts. Rauf gehen. Ja, ich muss gerade Chunks nur laden. Hat ein bisschen gelackt. Schnell ich kurz zwei Minuten. Und irgendein Block. Was ist das? Ein Geschwindigkeitsblock? Ein Speedblock? Feindlich. Ich geb mir mal selber kurz Speed. So. Oh, da ist ein Verzauberungstisch. Ja. Ach man, ich könnt mir so guten Stuff machen. Hab ich aber... Du brauchst keine Abyslator. Das ist automatisch drin. Du kannst es einfach verzaubern. Also das ist ja kein Level. Hast du auch keine Fahrungsflashchen oder irgendwas? Ernst? Ja, dann nimm das. Ich bin tot. Der hat ein viel besseres Equip. Schnell mach Schmerzen. Ah verdammt dich. Da ist die Wall, glaube ich. Lol. Ja, da ist die Wall. Ok, lol. Du kannst da nicht hin. Du musst Richtung Berge. Ich würde sagen, geh... Da ist eine Kiste links. Links? Links? Da drüben? Ja. Geh da hin. Ok. Ich kämpfe... Wieso habe ich 8 Diamanten? War da irgendwo eine Kiste? Hier. Hier ist eine Rüstung. Hier. Oh verdammt. Wo ist hier? Ich will hier irgendwo... Es sind Nummer 4 auf dem Server. Es sind Nummer 4. Da spielt er überall. Und... Du bist unter den besten 4 und hast keine Rüstung. Ja. Ja, das ist so voll witzig. Warte, jetzt wirst du gekehlt. Pass auf da! Gott, der war jetzt zu schnell. Es war echt tot. Ja, scheiße. Schatz. Tja, aber ich würde sagen... Ja, das war eine... Naja, etwas doofe Runde Ender-Game. Ja, machen wir gleich nochmal, oder? Ja, ja. Wir wollen mal einen kleinen Cut. Kriegen wir auch mal einen kleinen Cut. Ja, machen wir einen kleinen Cut mal. Schaut natürlich auch bei den lieben Drama-Lama-LP vorbei. Jo. Steht natürlich ganz oben in der Videobeschreibung. Noch weiter oben im Video drin auch nochmal. Und unter der Videobeschreibung. In den Kommentaren. Und weiß, was ich weiß noch wo. Keine Ahnung. In meiner Hose. Vielleicht und auch. Keine Ahnung. Ähm, würde ich sagen... In dem Sinne. Tschüssi Kowski. Tschüss. Ciao. Verdammt, falsche Taste. Willkommen zurück zu Minecraft Ender-Games. Und natürlich wieder mit Drama-Lama-LP. Hallo. Und vielleicht läuft es dieses Mal besser für mich. Wer weiß. Ich bin ja so ein Killer, ja. Bei PvP und so. Bei PvP ist es meistens so, ich bin tot, bevor ich merke, dass es überhaupt ein Kampf irgendwo ist. Das ist halt wirklich. Nein. So kann man es machen. Das ist so meine perfekte Taktik. So kann ich das halt schon halt das Ergebnis vorhersehen. Durch diese perfekte Taktik. So und die Runde beginnt. So welches Kid hast du gewählt? Baba. Ich hab Holzfäller ausgewählt, weil ich nicht so ausgewählt habe. Ich hab Baba. Ich hab auch Baba. Nice. Baba Dice. Ja. Ja. Ich hätte mal ne Frage, wie ist eigentlich die Tonqualität von meiner Stimme. Ich find das ganz gut. Das geht ganz gut. Ja, weil ich hab mir heute ein neues Mikrofon gekauft. Also ich find's echt gut. Und... Ach verdammt. Die Kiste hat einfach niemand gelootet. Und jetzt hab ich... Und durchs neue Mikrofon sollte meine Tonqualität besser sein. Ansonsten will ich mein Geld zurück. Ach so, der Holzfäller hat so ne Mega-Axt oder wie? Ja, die kannst du... Dann kannst du alles gleich herunter... Leute, du bist schon wieder bei mir. Ich bin immer bei dir. Ja, ähm... Ich mein, ich... Ich find mein Mikrofon jetzt nicht so toll. Weißt du... Ja. Ja. Ähm... Nicht die beste Qualität hat, aber wenn man's halt bearbeitet... Ist ganz okay. Okay. Ja. Das kriegt nur alles irgendwie hin. Okay, der Typ hat nix. Vielleicht ist der Schutztag gleich vorbei. Dann kann ich den Typ killen. Ja, toll. Ich hab äh... Noch weniger als gar nichts. Bleib stehen! Ja, toll. Das lag damit. Lol. Wie ist das auch gekommen? Okay. So. Team. Team. Ich brauch schleunigts ne... Schleunigts ne... Kiste. Was wär... Lol, was? Ach. Es hat geleckt, er war ist tot. Alles klar. Äh... Das ist auch... Nice. Ja. Naja... Oder er hat äh... Hat einfach so schnell geschlagen. Na toll, ich hab nicht einmal Eisen. Auf dem Baum ist... Achso, du hast es schon gesehen. Wenn du ein Stück zurückläufst, ein Stück nach rechts drehst, dann... Wer jetzt? ... ist da keine Truhe mehr auf dem Baum. Ähm... Perfekt, danke. Tipps bei Minecraft. Ich mag es nicht, wenn ich geported werde. Das ist dann immer so überfordern. Ich wurde noch nie geported, das ist schon... So. Scheiße, hattet du was? Achso, ich bin wieder, ist jemand. Äh... Hat der Bock auf mich? Ne, der hat keinen Bock auf mich. Ne, der ist nicht so nett. Ne, der ist nicht so nett. Lol, da ist bei mir ein... Das ist sowas, was er am Sport hat? Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Den packst du, komm. Na, verdammt! Der hat mich getötet. Genau, der hat... Der hat ein Dio-Schwert. Ich hatte nur ein Holz-Schwert. Der hatte nur mehr ein Herz. Das war knapp. Schade. Das finde ich ganz cool am Server, dass man auch sieht. Ja, wie viel Herz die haben, wenn man stirbt. Ja. Der ist immer ganz hilfreich. Naja. Weil wenn man dann sieht, äh, wenn du ihn geschlagen hast... Lol, bei dir ist einer. Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Nein! Weißt, was ich vergessen habe? Ich hab ständig... Ich hab das Ende der Welt erreicht, als ob. Oh, Mann. Sonst hätte ich flüchten können, aber nein, ich hab das... Ich hab die Facecam vergessen, fällt mir grad auf. Professional Aufnahme. Toll, okay. Perfekte Aufnahme erstmal. Ich bin so verplant, weil wir vorher oben bei der PS4 aufgenommen haben. So, ähm, ja. Ich würd sagen, jetzt gibt's eine Runde Survival Games in der... Nächsten Phase... Auf jeden Fall. Ja. Tschüssi, Kowski! Tschüssi, Kowski! WTF, das bist ja du! Stier! Stier! Stier mich doch! Dein Schwert!